Sam Bankman-Fried beim Verlassen des Gerichtsgebäudes am Donnerstag in Manhattan, New York. Der Gründer und ehemalige Chef der bankrotten Kryptobörse FTX muss bis zum Beginn des Verfahrens gegen ihn in den USA nicht in Haft. Der zuständige Bundesbezirksrichter stimmte Kautionsauflagen zu, die unter anderem eine Summe von 250 Millionen Dollar, Arrest im Haus seiner Eltern und die Aushändigung seines Reisepasses beinhalten. Die Staatsanwaltschaft und Bankman-Frieds Anwalt hatten sich übereinstimmend für die Auflagen ausgesprochen. Dem US-amerikanischen Unternehmer wird Betrug vorgeworfen. Er war auf den Bahamas festgenommen worden, stimmte dann seiner Auslieferung in die USA zu. FTX hatte am 11. November Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kunden als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von 10 Milliarden Dollar massenhaft Gelder abgezogen hatten. Bankman-Fried trat am selben Tag als Chef zurück. Er bat die Kunden um Entschuldigung, Betrugsvorwürfe hat er jedoch zurückgewiesen. Der Zusammenbruch von FTX hat die Kryptowelt erschüttert. Der nächste Gerichtstermin wurde auf den 3. Januar festgesetzt.